Hallo, willkommen zu einem neuen Stream. Harte mal, das hätte es jetzt echt nicht sein müssen. Kannst du es lassen. Ja, zu rübsten. Habe ich schon immer. Achso, okay. Aber so trifft er weniger. Wir sollten, glaube ich, die Fläche hier ausnutzen, hätte ich jetzt gesagt. Aber anders. Also rausbekommt es irgendwie auf jeden Fall nicht. Hat er mal deswegen überhaupt keinen Sinn? Schau mal den hier an. Komm mal kurz her. Ja, dieser... Oh, wir sind noch Verbindungsversuch zum Server. Komm kurz zu mir. Da ist, ähm... Bei dir, bei dir gibt es wieder Probleme. Jetzt, okay, gut. Schau... Oh, nein, okay. Ja. Hm. Warum? Achso, damit ich so das oben lenken kann, oder wie? Soll ich's portalen, oder wie? Geht nicht. Geht nicht. Krieg nur zwei an. Ah, f*** dich. Keine Chance, ich krieg nur zwei an. Ne, ist nicht. Jo. Aber auch hier, selbst Prinzip Alamat, da fehlt immer eins. Also, ich glaube nicht, dass es so gedacht war, aber ich muss mal, ich mach mal ein Tor von meinem Handy aus. Moment. Da? Okay. Achso, damit die zwei aktiviert sind. Okay. Achso, damit die zwei aktiviert sind. Ah, läuft die drei. Also, die. Ach, die hier. Okay, Moment. Bisschen weiter hier. Noch ein Stück. Jetzt. Ach, Mann. Ich will hier kurz noch was machen. Ach, ich will das noch kurz. Schlange. Ach, Mann. Oh. Oh. hardened. Doch. Oh, Ich bin gleich da. Ich kümm mich gleich durch. Moment, lass mal aufhören mit den ganzen Rübsen. Ich bin gleich soweit. Wir können ruhig bis 1 Uhr spielen, solange bis du deinen Stream da schauen kannst. Wobei meine Eltern sind nämlich weg. Okay, gut. Ähm. Äh, was soll man machen? Ich weiß, du hast nichts gesagt. Ja. Kannst auch reden, weißt du schon. Ich weiß nicht, dass es sowas wird, aber gut. Hallo, Mord. Es ist nicht beleuchtet. Es wäre nicht beleuchtet. Es ist unmöglich, beide zu aktivieren. Au. Ich kann aber mal was machen. Ich kann bloß probieren, den noch ein bisschen nach rechts zu nehmen. Tatsache, er hat es echt hinbekommen. Aber ich glaube nicht, dass es zu gedacht war. Nein. Okay. Okay. So ist alles. Richtest du dann auch das aus? Ah, da fehlt einer. Oh nein, der dreht sich. Der. Da fehlt keiner bei mir. Der da hinten. Der da. Da. Warte, der hier. Der. Der in der Ecke ist bei mir. Äh, kaputt. Gewichtete Würfel kalibriert. Hm. So. Und dann wahrscheinlich, dann wahrscheinlich hier durch. Ja, und ein Teil brauchen wir noch. Was hat sich hier, was, was bringt es uns auch das? Ja, warten. Warte, aber ich bin zu tief. Du musst erstmal warte, bis wir ganz oben sind. Damit wir gleichzeitig... Okay, ja, gut. Drücken wir. Okay, habe ich. Ah, okay. Hat geklappt. Ah. Toll. Ah, okay. Krass. Aber das ist ja... Ah, okay. Krass. Was er sich bedacht hat. Okay, wir sind auf der richtigen Höhe. Hat er mal einfach drücken, wenn du rankommst. Ach, man ist schon raus, okay? Ich habe nicht getroffen, weil... Ich bin zu scheiße. Das ist echt unglaublich schwer. Ich bin zu scheiße. Das ist echt unglaublich schwer. Nein. 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 Oh, shit. Ich habe es nicht gekriegt. Ach. 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 Alter. Ja klar, ich muss... Oh. Hä? Hä? Ja, ich dachte wir müssen beide Kräfte. Ach so, okay. Ja, gut. Ein bisschen gedrückt, ich höre. Aber wie kriege ich ihn jetzt? Ah, jetzt. Oh, warte, muss man schon schnell sein. Das ist ja nicht normal. Ach, Mann. Äh, hab ich... Äh, ich glaub, die Rote ist nicht aktiviert. Hä? Geht doch voll durch. So, ich geh jetzt. Wär ich? Oh, da... Achso, soll ich auch rückwärgen? Ah, ich bewege auch schon. Ups. Dann müssen wir wieder... So, jetzt bin ich oben. Jetzt drück ich auf... Äh... Snake? Jetzt drück ich sie mal. Ah. Ich mach gar nichts. So, ich stoße oben an. Drück drauf, passiert irgendwie nichts. Oh. Ja. Also, ich schweig. Ja. Ja. Ah, jetzt geht's. Mach ich doch auch nicht. Ich hab ihm auch... Nicht? Ja, aber dann bewege ich mich ja noch. Aber dann bewege ich mich ja noch kurz. Ah, okay, jetzt war's... Ich denke, jetzt war's ganz gut. Ah, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ah, das probiere ich gleich nochmal. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich fliege so schreck drauf, da muss ich mich nämlich nicht bewegen. Warte, bleib einfach mal da. Ach so. Ich weiß schon, wie das geht, aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ah, das wird ja auch nicht geklappt. Hm, der läuft einfach ganz normal rein. Bewegt sich dann auch nicht mehr. Bei dir hat's geklappt, aber bei mir klappt's bestimmt wieder nicht. Doch, jetzt hat's auch geklappt. Geht doch. Ja, ich weiß. Ah, aber ich fliege irgendwie so... Ich fliege irgendwie so dumm. Ich will irgendwie nicht... Ich will irgendwie nicht so halb drauf stehen. Weiß ich mal. Bei mir ist noch gedrückt. Ah, egal noch so. Du bist ein Bugs ausgenutzt, aber passt. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Naja, passt schon. Was war ich mit der 11? Haben wir die überhaupt gemacht? War der 12? Ja, war der 11? Ah, ok. Was können wir denn... Hm. Okay. Next. So, bin drüben. Ah, musst du zweit hier sein. Ich dachte... Naja. Ah! Ja, Adler, komm rüber. Geht doch. Oh. Hm. Ah, wieder zwei. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ja. Ah, das kann ich nie mit... Das kann ich nicht schaffen. Kann man das schaffen? Warte mal. Probier das nochmal. Na, so einfach jedenfalls nicht. Ja, aber da müssen wir ja irgendwo runterfallen. Ist hier irgendwas? Ah, ok. Ja, gut. Okay. Ja, passt. Ja, ich bin da oben. Kann den Knopf drücken. Ja, ich bin da oben. Ah, steht dumm drauf, aber er steht drauf. Also, naja. Passt schon. Und gleich nochmal hoch. Oh, da. Ah, nein. Ah, nein. Da sind... Naja, da müssen wir nicht. Okay. Hat's geklirrt. Okay. Ah. Naja. Easy. Achso, das war... Hm, okay. Ach, das war mit dem zu spawnen. Okay, gut. Er ist einfach davon ausgegangen, dass ich ihn drauf leg. Wo ist das gut? Ah, achso. Okay, gut. Das war jetzt aber irgendwie ziemlich random, fand ich. Jetzt mit diesem Traktorstrahl, dass er sich jetzt aber immer umkehrt. War kreativ, ja. Das schon. Aber auch ziemlich random. Ja. Ist ja auch ziemlich zufällig. Na. Okay, gut. Dann aus unserer Sicht zufällig. Äh, ja. Gute Frage, ne? Ähm. Hm. Warum musstest du das jetzt schon wieder machen? Kannst du dich immer mal sein lassen? Ja, ich wollte, dass du ihn auch... Ich dachte, du kannst ihn auch fangen oder so. Ah, okay. Wofür ist der Knopf da? Wofür ist der Knopf da? Ah, der ist schon gedrückt. Warte mal, was da oben ist. Sieh mal einer an. Ist ja nicht da oben. Ein Knopf. Kein Talman. Ach, äh. Bin unterwegs. Wohin? Wohin? rotes, ja. Ich weiß schon, dass da oben auch ein Gang war, aber gut, da kommt man auch drüber. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß nicht, was ist das? Warten wir, ich habe nicht noch mehrere Buttons, weil wir vielleicht... Kannst du auch noch zu schliefern? Das hört sich wirklich an. Ich bin bei dir ab. Okay. Ja, da liegt ein Button, aber ein Knopf, aber der bringt uns nichts. Warum schliebst du den ganzen Tag? Hm. Hm. Ich glaube, das bringt uns aber auch nichts. Funktioniert der Glitch auch? Funktioniert der Glitch auch an der Wand? Oder funktioniert... Na, schade. Hm. Ja. Haben wir hier nicht irgendwas, das hochgeht? Das wird uns nichts bringen. Äh, außer du kommst durch ein Portal durch. Moment. Lass mal schauen. Lass mal schauen. Lass mal schauen. Hm. Nichts besonderes hier. Halt der Würfel. Den wir in den Button, den wir nicht rauskriegen. Moment, da kannst du ja rüberlaufen. Und hier ist noch ein Würfel, den wir nicht rauskriegen. Ja. Ja. Evo? Halt er. Halt er. Okay. Moment. Wo? Ah. Die Lösung... Interessiert mich jetzt aber. Schön, dass er sich dabei geht. Mal schauen, dass er sich denkt. Ah. Ah. Ja. Als ob das gerade geklappt hat. Das ist nie und immer so vorgesehen. Stimmt. Gut. Gut, machen wir weiter. Ah. 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 Na ja, gut. Ah. Okay, wie viele LAudols hat er rausgehauen? Komme ich jetzt mal rein? das ist kein er glaubst du weißt du noch ist es nicht abgestürzt ja aber wenn du mir eine neue einladung schickst dann kannst du es mal lassen aber mal du hast du hast ja wohl Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Achso, probieren wir mal die zwei zu treffen. Oh, shit. Probieren wir mal die zwei. Genau, probieren wir mal die zwei zu treffen. Noch ein bisschen weiter. Der ist noch nicht genau, jetzt. Jetzt müsste der Error da. Der Error. Ich glaube, der müsste jetzt doch auch immer ein Error sein. Ich drück mal den Knopf da, keine Ahnung, drück hier irgendwie alle Knöpfe. Also, das bringt irgendwie nichts zu. Drück mal den Knopf da. Okay. Wo? Das ist ganz kurz. Ah ja, es kann sein, dass du ein Portal von mir brauchst. Aber wohin soll das denn? Also, ich kann es dir schießen. Ja, wohin soll das genau? Ja. 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 Okay. Und wie willst du den? Achso, damit kannst du... Aber das ist doch ein Gitter vor. So, ein... Ja, Gitter. Okay. Na, ich habe nicht gesehen, dass da hinten ein Würfel war. Ja, jetzt haben wir hier einen Laser und ein Dreieck. Ah, okay, das war's schon. Glückwunsch, euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam und ein... Okay. Hallo, was soll ich machen? Hast du auch eine genaue Zahl, wie viele Maps er gemacht hatte? Hast du auch eine genaue Zahl, wie viele Maps er gemacht hat? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Okay. Hast du dich auch gerade kurz geleckt? Hä? Alamat. Na gut, wenn ich Portal Pro spiele, muss ich wieder meine Ergebnisse hemmsten aufwärmen. Steht irgendwie gar nichts. Alamat, kriegt es bei dir was? Ah, okay, gut. Oben? Da oben ist sowas hier. Ja, klar. Ah, okay. Vielleicht, schauen wir mal. Das war ja das hier. Das hier ist dafür... Ja, irgendwas war doch nur das hier noch. Weh, das hab ich da auch hingekriegt. Ah, was war das hier? Ah, ich hab's, ich hab's hier auf Herz. Und was bringt das hier? Ich weiß, ey, ich muss ganz überlegen. Nun, woran brauch ich denn? Kann ich da... Ah, nein, es zieht mich ja ein, Alamat. Ich bräuchte, der was aus sich rausdrückt. Ich nicht. Nein, ich nicht. Nein, gar nichts abgesehen davon, dass ich nicht gleichzeitig hier stehen kann und da vorne sein kann. Hm, so wie das ist, bringt mir das absolut nichts. Gut zu wissen. Ich komm mal kurz zurück. Ich weiß nicht, dass es das selbe ist, oder? Ja, ich bin hier. Ja. Gut. Äh, deswegen wird es irgendwie alles nichts. Geil. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich kann mich hier, hier, hier. Ja. Okay. Hm. Dreht es um, genau. Es geht eher mal rein. Ja, schau mal, was ich finde. Ich hab nichts Spezielles gefunden. Ah, Plattform, die sich halt dreht. Irgendwie nichts Besonderes. Ja. So. Ah ok, das ist so ein bisschen größer aufs Feld deswegen. Na gut. Oh shit. Meine Schuld, meine Schuld. War meine Schuld. So jetzt. Mittig? Ok. So jetzt. Gut so. Das gibt keinen Sinn. Weißt du schon? Nein. Absolut gar nichts. Kannst du nicht? Kannst du nicht den Knopf drücken und dann da hoch gehen? Das ist glaube ich grad probiert, ne? Ja, probier es noch einmal. Gehen wir drücken noch. Ja, ich meine, wir haben gerade nichts besseres zu tun. Also drücken noch. Ja, du hast recht. Das ist viel zu kurz. Das ist viel zu kurz. Ja, das ist viel zu kurz. Vielleicht. Wir müssen es vielleicht irgendwie hinkriegen. Wir sollten uns vielleicht nicht auf die Seite konzentrieren. Wir sollten uns vielleicht eher auf meine konzentrieren und mich versuchen rüber zu bringen. Hm. Weil das würde vielleicht einiges lösen. Okay. Okay. Ich denke, was haben wir denn hier? Zwar das untere. Zwar das untere, ja. Okay. Am besten, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass ich da hochkomme. So kommst du rein? Hm. Hallo, warte. Kannst du nicht da oben das deaktivieren? Das Feld hier? Das hier? Mach mal kurz. Hm. Ja, hast du schon recht. Das ist eigentlich für mich. Hm. Sehr interessant. Okay. So könnte ich dich jetzt gerade hochbringen, aber unter der Drehfläche. Aber die dreht sich ja nicht, wenn keiner den Knopf drückt. Ich glaube, an der Seite geht es nicht. Hat er was. Das hat ja auch den Limpack, was du gerade besuchst. Ah, 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 ah. Warte hoch. Ah, kann hoch werden. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Geht nicht. Kannst du irgendwie Portale für mich schießen? Weil irgendwie... Ah, ja. Und dadurch hier... Ah, das wiederhole ich nochmal einen Moment. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Huah. Nichts. Okay, gut so ging es. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Hier ist es nicht mehr. Okay Das war nicht so schlecht Ja Okay, du kannst auch aktivieren Ja, bleib da drauf, was auch immer du gerade gemacht hast, mach das nochmal Hm Keine Ahnung Gerade eben, dass du irgendwas hattest Ja, hier, 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 es bleibt genau so Aha So wie es aussieht wird es auch kurz aktiviert Wenn du, äh, ich glaube wenn Ja, wenn du den Knopf drückst Ah Ah, geht auch Hat da unten noch was? Ne Okay Warum hast du respawned? Irgendwas Oder vielleicht irgendwer Okay Ah Ich bekomme einen Würfel Geil Äh, hallo Kannst du Nur Würfel Der da? Ah ja, der war's Das ist ja Das wäre nicht Gut Gut Schieß dich hoch Mit dem Würfel bitte Alles, war der Wie ist das? Kannst dich ruhig durchlassen, Adam, mach kein Problem, oder? Ah nein, wenn du ihn durchlässt Ach so, wenn du ihn durchlässt, dann muss man ja Ah, naja... 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 Egal. Geh da einfach von... Na... von da aus kannst du ja gar nicht Na sche... Okay Oh, geht das gar nicht einmal einmal hier im portal für dich und das innere niedriger das ist doch einmal dahin Manchmal bist du zu ungeduldig, halt aber. Manchmal bist du zu ungeduldig. Manchmal bist du zu ungeduldig, hab ich gesagt. Gewichtete Würfel kalibriert. Ich meine, damit dass du so ungeduldig bist, was soll ich nichts dazu sagen? Ja, weil du... Ja, bei der einen Stelle. Ach egal, schau es nicht später auf die Streamer. Du hast nichts gesagt. Du hast was gemacht. Weiß ich nicht mehr. Nein, jetzt ernsthaft. Jetzt ernsthaft. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ich muss ja auch selber auf dem Stream nachschauen. Okay. Okay. Nein, ich müde mich kurz. Ah, beziehungsweise muss ich gar nicht. Ich muss nur den Sound vom PC müde. Ich schau jetzt kurz mal schnell die letzten vier Minuten an. Ja, ich stehe das. Okay. Hallo, hallo mal PC, ne? Okay. Ja, ich stehe das gerne. Okay. Ja. Ehe, dann sollte ich mir kurz übernügend sein. hat man ihn überhaupt sollte man hätte ich gar nicht scheiße aber was kein wunder schon wieder das gibt es nicht wie kein wunder was ist denn los war natürlich schon wieder die ganze zeit nicht gehört und wann nur weil ich immer manchmal vergesse ich immer die von der aufnahmessehne in die streaming szene zu gehen so wissen wir eigentlich verarschen mann wenn ich so machen wir einen teststream bevor wir den richtigen stream machen ah ja jetzt weiß ich warum ich gesagt habe du bist manchmal zu ungeduldig du hast dich so hoch geschossen und hast du das portal alles blaue portal zu weit geschossen hast du richtig schnell ist so verschossen damit du dich quasi so schnell nach oben kommst zum würfel erinnerst du dich das war weil der würfel da oben war und ich den wieder haben wollte ich habe nichts mit geduld zu tun nein weil du so schnell geschossen hast habe ich das gesagt aber was hat das jetzt mit geduld zu tun das hat so viel mit geduld zu tun dass wenn du langsam geschossen hättest dann hättest du wärst du nicht runtergefallen und dann ist ein bisschen schneller gegangen sogar also nicht mit geduld zu tun ich wollte einfach noch so viel im heutigen streaming kriegen die möglicher haben eine halbe stunde ja gut wie so eine halbe stunde ich habe ich habe ich habe es ja aber und dass ich kann ich kann ich kann so nach spielen wie du spielen kannst das sagst du mir jetzt ja das ist nicht mitgekriegt nein habe ich nicht ja ich habe heute den ganzen tag meine eltern sind weg und den und den morgigen tag natürlich auch noch was 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 anderes war was ich werde heute auf jeden fall noch ein bisschen aufnehmen recht also du bist ja das wie mir auch schon deswegen du willst ja den stream auch noch schauen wie welchen stream schauen wer du bist auch um ein uhr willst du ein stream schauen ein live stream hast du gesagt was hast du zu mir schon dass das was ich sage ich immer gerade das verlässlichste ist wieso wie kommst du da drauf wenn du es nicht machst wie kommst du auf sowas wenn 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 es sowas gar nicht so ist stehe ich nicht ich habe spaß gesagt warten ich verstehe sich den sinn dahinter irgendwie ok jetzt muss ich wieder hoch ne warte mal geh noch mal geh noch mal kurz zurück geh noch mal kurz zurück wie zurück auf einmal zurück da auf den knopf genau warte 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 ok jetzt geh runter ok geht euch das was ja das war schon ich weiß nicht mehr was haben wir denn noch für maps ihr hatten doch auch noch welche gedownload von finger war es oder machen wir davon auch welche ja okay dass ich so dass ich so motivierend ja trotzdem kannst du dich auch ein bisschen glücklich anhören so schluss als würdest du spaß haben auch wenn du es im inneren nicht oder wenn du es nicht zeigen willst weil deswegen das ist was du sagen willst oder was sagtest du ich glaube selber nicht so ganz was du sagen willst oder ja doch ich hab's doch gerade gesagt ich habe gerade gesagt dass ich denn gesagt ach dass du scheiße und vergesse ich immer sachen so schnell mit kurzzeitig ist jetzt glaube ich gerade im moment ein bisschen aus kann das sein ja das ist doch richtig erkannt so ist noch mal anschauen ich glaube ich hatte gesagt du sollst ein bisschen glücklicher rüber kommen und dann sagtest du bin ich das nicht sowieso bin ich das nicht das bist du nicht sowieso immer unglücklich weil sowas ja bist du aber ich bin ich unglücklich ich zeig bloß nicht meine freude warum zeigst du es nicht ich zeig was du überhaupt keine gefühle marvin ja aber du übertreibst fühlt sich fühlt sich für mich egal egal ob in real life oder in meinen videos oder sonst wo ich bin wahrscheinlich eine der emotionslosen personen die du finden wir kannst ja ja warum warum was hast du denn davon ich will es ja nicht wirklich die emotionslosen aber ich zeig es halt nicht das ist nun mal so wer wohne und warum und warum also gewohnheit halt bringt ihr das war schon immer so brauche sein wenn wir gar nichts aber ist halt so das kann weg 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 ha 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 split made by da an hrs ein h h ha h h Was ist denn los? Hä? Sieht doch alles normal aus. Ah. Ach, machst du das auch immer so, dass du rechts die Hand festhältst, virtuell? Hä? Warte, Matt. Was? Machst du das bei Labyrinthen auch immer so, dass du rechts zum Beispiel die Hand festhältst? Oder links? Hä? Äh, habe ich nicht verstanden, gab es die Frage. Ich habe gesagt, wenn du, wenn du durch ein Labyrinth gehst, hältst du auch immer virtuell die Hand rechts. Also stellst du dir vor, dass deine Hand rechts ist, damit du immer quasi in der Wand bleibst. Damit du immer rechts in der Wand bist durch ein Labyrinth. Nee, ich darf meistens random. Weil, kennst du den Trick nicht beim Labyrinth? Man muss bei einem Labyrinth möglichst immer, ähm... Ach so, das ist für die Einzelne Etagen. Auf welche willst du? Auf der erste, okay. Ah, okay. Das funktioniert. Da ist Stufe 2, bitte. Wirklich. Wir sind Laser? Okay, jetzt bringen wir gerade nichts. Dann Stufe 3. Du hast eine Türe. Ich habe gerade auch nichts. Geil. Laser? Laser? Gut, äh... Ich habe... Könnt ihr Laser nicht geben? Stufe 2, äh, Stufe 2, bitte. Kannst du irgendwie durch die Labyrinth geben, zum Beispiel durch die Partalfährechte da oben? Ja, ich wollte Stufe 2 und nicht Stufe 1 sagen. Ja, gut, ähm... Ja? Ah, so geht's ja. Hallo? Das ging doch gerade. Das ist keine Partalfläche, Marvin. Nicht? Aber irgendeine Textur. Mir blinkt das so, wenn ich da was drauf mache. Schade, ich dachte. Das ist eine Partalfläche. Was bringen wir aber herzlich wenig? Kannst du irgendwie da oben? Das machen wir so. Keine Ahnung. Strahl geben. Aber was bringen wir auch herzlich wenig? Keine Ahnung. Ja, das könnte ich auch geben. Mh, da kann ich alles singen. 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 Ach so, da kann man wahrscheinlich irgendwie öffnen oder so, ne? Vermutlich. Stimmt, das würde Sinn ergeben. Geh mal bitte Stufe 1. Äh, das ist ja... Das ist echt so schnell eingestellt. Oder bin ich jetzt hier grad? Oh Leute, das ist echt ziemlich schnell eingestellt. Ist das so ein, ähm, ja. Ja? Ja, ein was? Eine Traktorstrahl. Weil ich weiß nicht, ob die was bringt. Ja, ich kann dir den, ähm, die Lichtbrücke da geben. Ja gut, dann Stufe 3. Hm. Ah, okay. Ja, das ist gut. Haben Laser Worte. Jaja. Ah, da oben ist jetzt deine Portalfläche. Mach jetzt doch ein Portal. Also beim Laser. Ja. Also manchmal. Ich lass dich wieder kurz hoch. Ich lass dich kurz hoch. Stufe 3. Ah. Okay. Okay. Kein Würfel hier drauf. Hä, wieso soll das denn gut sein? Das ergibt keinen Sinn. Okay, da kann ich die Portal setzen. Okay, da kann ich die Portal setzen. Okay, da kann ich die Portal setzen. Und hier unten, versuche hier unten dort, auch das unten ein Portal auch zu setzen. Äh, geht irgendwie nicht. Moment. Achso, weil das ja, weil das hier dazwischen ist. Ah ja. Verdammt, ähm. Da kann ich was machen, theoretisch. Da kann ich nix machen, doch den kann ich schießen, schau so kann ich schießen. Und viel mehr kann ich nicht machen, obwohl das hier kann ich nicht machen. Das hier geht noch. Deswegen aber hat sich wenig alles, weil... Und, äh, wahrscheinlich geht auch das hier. Ja, das geht auch. Ne, ich kann nicht besonders viel machen. Aber das kann ich übrigens auch machen. Warte mal, Junge. Ach ja, probier, probier in mein gelbes Portal durchzukommen. Nein, 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 warte, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Warte, bleib so. Ich hab ne Idee. Ne, warte, wir können damit den Ball transportieren, genau, ich muss die richtigen Nöpfe immer drücken. Genau, 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 lass, 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 was, was, genau. Was, macht das, dort, mach dort das Portal? Oh, shit. Nein, das mit dem Schakterstrahl, Junge. Falsche, falsches, ja, ich weiß, was du meinst. Du musst den Ball leiten, die ganze Zeit. Ja, ich weiß, ich hab nur das falsche Portal verschossen. Jetzt hab ich's. Warte, 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 warte. Okay, entfernt jetzt, entfernt jetzt, entfernt jetzt, entfernt jetzt da unten. Da unten ist das nächste, also ganz unten. Ganz unten? Achso, da. Ja, da. Äh... Nein! Oh, Mann. Es ist das ganze beste Timing. Das ist das ganze beste Timing, Junge. Desja vü. Hä? Das ist ja noch damit aufgefangen. Achso, da war's, da war's, was, da war's, da war's, war's, da war's, da war's... Okay, passt, passt, passt. Ist der jetzt gestorben? Das war meine Schuld. Hat nicht zeitig gedrückt, so. Nein, näher, nach rechts, weiter nach rechts, du musst weiter nach rechts gehen beim nächsten Mal. Ansonsten ist die Gefahr, umso groß, dass du es total nicht richtig gut schießt. Du kannst übrigens auch ein bisschen zurückgehen und dann musst du gar nicht springen. Junge, geh zurück, lauf ein bisschen zurück, dein Gott noch nicht springen. Mach das rote Portal, da. Warte, 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 warte. Mach jetzt. Das ist so. Hä? Das war zu weit links. Das war zu weit links, Junge. Ich kanns gar nicht weiter rechts machen, weil dann, äh, weil dann lese... Doch, das geht. Da ist ein, ähm... Nee, da wird das alles entfernt, siehst du. Du musst das nur rechtzeitig machen. Das ist der richtige Zeitpunkt, okay. Hä? Hä? Nein, wird nicht entfernt. Schau mal da. Über der 3 ist hier so ein Feld. Ja, da ist überall ein Feld, deswegen muss ich die Gefährle drücken, um den zu deaktivieren, kurzzeitig. Drück mal auf 3. Ja, dann wird der vordere Teil davon entfernt. Ja, bei der hinteren. Damit du da hinschießen kannst. Ich kann da nicht hinschießen. Ja! Dann laufen wir dann weiter nach hinten, Junge. Oder siehst du von der anderen Seite an, von der rechten, nicht von der dritten. Geht nicht. Du gehst immer nach links, um das zu sehen. Geh mal nach rechts. Da... Doch, hier. Doch. Das geht. Ich kann hier nicht schießen. Das bringt dir nichts. Ja, weil ich den Knopf durchgedrückt hatte. Da, da geht's. Ja. Irgendwie nicht. Zoom mal rein. Passt jetzt nichts. Schieß dir mal weg. Egal, das müsste trotzdem von da drüben gehen. Dann schieß das Portal einfach zukünftig schneller. Marvin! Marvin, lass einfach nochmal machen. Aber schieß die Portale schneller, okay? Aber schieß die noch, bevor der Ball die Wand erreicht jeweils. Schieß jetzt, schieß jetzt. Mann. Alter, das Timing ist doch so behindert, ey. Okay, jetzt. Okay. Ich schieß gleich, ich will nur ein bisschen dein Timing im Blut haben. Warte, warte, nein, drei noch nicht, drei noch nicht, drei noch nicht. Drei noch nicht. Ach gut, Glück gehabt. Und nun? Jetzt muss der Strecke schon weg, oder? Lass den Ball fallen. Genau. So, jetzt gehört er mir. So, jetzt lege ich den hier rein. Ähm, Marvin, kannst du mir irgendwie den Weg darüber machen? Marvin? Wohin? 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 Zu dir! Da, mach doch da ein Wort, Junge! Ach so, ja. Ach so, ja, okay, mach ich. Ah, okay. Ja. Ist? Ein rotes, genau. Hier, nehmt den Würfel an. Hier, da, Mann! Ich hatte ihn! Ich hab ihn wieder genommen. Sorry, ich hab ihn wieder genommen. Und jetzt! Da! Aber hier steht die Sonne, da müssen wir nicht drauflegen. Ja, ich ignorier das. Oh! No! Help me! I'm... Ein... Oh, ich... Oh, ich bin oben bleiben. Ah! Es geht nicht nach! Oh, da ist der Ausgang, da muss ich doch hin. Hm, kurz, aber dafür nett gemacht. Ja, ja. War das das schon? War das die einzige Map? War das so eine einzelne Map? Ja. Okay. Hatten wir nicht noch letztes Mal, bevor, bevor wir, nachdem wir die, äh, bevor wir die Map von Dominic gespielt hatten, hatten wir da nicht noch eine Map-Reihe offen? Waren mehrere noch, aber, ähm, warte kurz. Ich meine, eine Map-Reihe, die wir kurz hier angefangen haben und nicht weitergemacht haben. Oh, das weiß ich nicht. Du wirstest du nachgucken, wenn du in deinem Ziel das weiß ich nicht mehr, was wir vorgemacht haben. Du weißt schon, die Map, wo wir, wo du, wo du, wo du, wo du, wo du, ganz gefällt, äh, ganz gefällt haben. Du, jetzt diesen, wo du, einmalst gar nicht, ich weiß, das war das noch mal nicht. Ich war, habe nicht abgeschlossen, habe ich zu guter Letzt abgeschlossen. Da wirst du sogar einen Traktorstrahl gefangen? Krass. Kann sein nämlich Ehre, sorry, in dem Fall, aber ich, ich meine, wir hätten die abgeschossen. Ich weiß halt nicht, ob das eine Reihe war, keine Ahnung. Lost in Transition. Auf jeden Fall, die hier besteht aus drei Maps. Können wir dich bekommen, die Hürfel? Ich will die. Ich glaube nicht. Aber hier besteht aus drei Maps, die Map-Reihe hier. Okay. Wenn die automatisch gelauncht. Hä? Was? Ob die automatisch gelauncht werden? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Was ich weiß nicht, was ich weiß nicht? Was? Was? das doch was das aus würde ich sagen hey ich hab ein würfer wir haben mich darüber in der bauwann sogar gebraucht was redet was redet ich wusste gar nicht dass klar dass sowas redet was ist ich wusste gar nicht dass klar dass solche stimmdateien von glas existieren was die gerade da gelabert hat die hab ich noch nie gehört ok connection fehlt 23 in 20 sektens 19 sektens 18 sektens jetzt spiele das jetzt wieder da sei jetzt gemacht ich weiß es nicht hier warte mal marvin die normaler aus und geht zum würfel ja lass dich katapultieren also portal da bei würfel nein 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 nicht da ich da und habe ein würfel genau so und dann ja portal da beim katapult diese schlimmen müssen auf dem katapult land zumindest wenn es vorhin ist dann springen noch einmal dann müssen wir jetzt wieder an darf den fließband landen gleich nein da wo du eben gesprungen bis junge nicht da hat dich da hat nicht da hat ja gut hat noch klar war trotzdem eigentlich solltest du da springen wo du eben gesprungen bist doch dann würde man ja vielleicht kommt das portal kommen wir hier sind keine portal fläche ich glaube ich in dem büro da okay das hat das jetzt gebracht ich bin ratlos aber nicht mal raten darf würde ich sagen dass sie erst was bringt wenn wir beide mit inwürfen belegt haben ach da oben da oben ist jetzt ein paar frei also auf die fläche auch die die wochen die ganze zeit da ok der welt aber vorher nicht da ok bloß ist ja das deaktiviert hier auf jeden fall kommen wir hoch kommen wir hoch kommen wir nicht mit dem portal 5 ja also hier unten hier kann man die das büro ja ich glaube ich habe eine idee geh runter in das büro ja ich bin im büro und lass den würfel zerstören okay nehmen wir lassen zerstören damit ein land wird nun zerstört so zu den neuen vorm fließband ein fliegvoll sie ist immer fliegvoll darüber deswegen ich glaube nicht mehr dass es noch geht also eigentlich müsste es gehen weil das klappt der eine sprung es geht noch der funktioniert man erst den weiterhin aufwendet der mir ganz normal geklappt der einsprung aber okay wieder wahrscheinlich das kann der problem stürzt bei dir schon ab ich bin wieder da keine sorge so jetzt nimm den würfel und jetzt komm damit hier hoch ich mach warte ich versuch dir ich mache da komm durch so okay warte so warte bleibt da stehen bleibt da oben stehen tut nix ich hoffe dass du das was ich jetzt irgendwie erwarte okay passt so du musst da drüben draufstehen marvin so genau du musst gleich sobald die plattform unter dir sich öffnet musst du dein rotes portal unten verschießen verstanden und wo das andere ja das andere das bleibt dafür weil wir müssen das stoßen ja okay okay so versuche ich vorsichtig wieder im würfel rein zu platzieren ja gut was warum hast du dein rotes du solltest einen anderen schießen auf der rampe das meine schuld noch mal in das büro kriegen damit wir da wieder hochkommen was so stimmt wo ist denn der würfel jetzt da nicht oben genau nehmen wir wieder durch das portal mit bleibt da stehen bleibt stehen bleibt da stehen bleibt da stehen ja vorher rein bekommen ach so mit dem portal in ok gut genau so stehen böffel da rein warte kommt kurz raus dann macht da oben ein portal ja jetzt macht das rote hier warte 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 da unten bleibt da unten bleibt da unten bleibt unten bleibt unten bleibt unten weil weißt du was kommt mit hoch kommt hoch hier geht's durch schon den würfel warte was ich so jetzt macht du dein gelbes portal 1 2 in beiden auf jeden fall hinten auf der rampe ja muss mich was muss ich so gerne sind stellen damit ich es hinschießen kann da okay so jetzt das ist gelb also muss gleich so spielen geht doch okay marsch um marsch um marsch um ich hoffe es werden dadurch automatisch eventuell muss das lägen Okay, dann hat's schon, hat's schon. Okay, good. Haha, wieso? Hä? Hä, das kann ich, okay, ähm, flieg mal da durch. Hä, was, das ist genau umgekehrt, das würde ich eigentlich. Ach, geil, exit. Ach, wir müssen, ja, aber wie wollen wir da drüben noch rüber fliegen? Ich glaube, wir haben erstmal versagt und müssen selbst noch begehen. Obwohl, nee, Quatsch, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Genau, warte mal, mach du ein gelbes Portal hier, mach du ein gelbes Portal hier. Ja, das ist durchaus ein Problem. Ist da doch irgendwas anderes? Mach mal ein kleiner Portal dort, das andere. Moment. So. Äh, ich komm da nicht ran. Ich komm nur daran. Okay, mach's dort. Okay. Okay. Hm. Okay. 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 Das ist ja unser Sklave. Das ist ja auch kein Sinn. Geht doch mal auf dein Portal, Marvin? Äh, wo? Man kann nicht. Ich kann nur da hinschießen. Und dahin. Okay. Okay. Das ist ein Problem. Also komm ich ja deswegen da nicht rüber. Ich kann irgendwie gar nichts schießen. Warte mal einen Moment, Marvin. Okay. Lass. Du musst nochmal selbst noch begehen und ich auch. Okay. Hm. Okay. So. Jetzt lass mal kurz schauen. Also. Wir beide gehen dort hoch. Warte. Mach du hier oben ein Portal. Mach du hier oben ein Portal. Ja. So. Jetzt. Wenn ich dort rüberfliegen. Ich auch. Nein. Warte. Du hast mal da. So. Dann. Ähm. Ein Moment. Und. Hm. Da drüben muss ich technische Sehende erlasen. Dann ja das Portal dazu machen. Bin ich auch. so. Ähm. So. Ja. Jetzt kann ich rüber. Aber es bringt das nichts. Doch. Spring erstmal rüber. Spring erstmal rüber. Ich könnte wie gesagt. Ich kann halt nur das gelbe hier irgendwo schon lassen. Ja lass es dort. Lass es dort. Mal lass es dort. Okay. Aber vielleicht bringt das was wir nicht sagen. Eine gerade Wand schieße. Gibt es bei dir keine? Gibt es bei dir eine? Ah doch mal da drüben nur. Hm. Weißt du nicht dass ich die da hinschießen kann neben mir? Aber geh erstmal durch. Spring erstmal durch. Spring erstmal durch. Spring erstmal durch. So. Warte. So. Jetzt. Mach dein rotes Portal neben mein Lidernis. Verdammter Mist. Muss ich auch noch mal sterben oder? Nein. Okay. Mach den krassen. Nein. Das hab ich getan. Scheiße ich hab versagt. Okay wir müssen es nochmal. Wichtig ist dass du hier ein Portal hast. Mach dort ein Portal. Das ist ganz wichtig. Hallo mach dort oben ein Portal. Ja. Gut. So. Warte warte warte. Ich kümmere mich hier drum. So. Okay jetzt. Jetzt spring rüber. Okay. Ja spring rüber Marvin. Ja ich spring rüber. Ich hab noch was geschaut. Oh. Okay. Okay gut. Das mach dein genau. Muss nur rüber springen. Hm. Schussi. Alletien. Alletien. Und ich hab hier nicht so countries curated. Aus Criminal Às des Waist Namens. Alles sehr 신�襯ere mich. Lufth warnings. Das habe ich mir vergessen. Ich hab mich eingel veget Ich habe hier nicht mitgemacht gehört. Natürlich. Ich bin immer gerne zu sch disproportionately. Tja, hat doch mal den schwierigen Part. Warte mal! Angenommen ich hätte dich dort rüber katapultiert, hättest du von da aus dort ein Portal machen können? Dann hätte ich... Ja, das wäre ja gelöscht worden. Vielleicht kann ich ja während der Pflug hier wissen, das geht nicht, ne. Okay, ich hab's geschafft, so. So, nur noch den... Dein Hellblas ist da unten schießen, dann hast du's. Ah, pass auf! Dann fliegt er voll leicht runter. Siehst du? Hä? Ja! No! No! So viel dazu. Au! Ach! Warte mal! Komm, komm, mach du das mal, ich drücke dann. Das bringt, glaub ich, nix. Ich glaub... Das fährt kurzzeitig hoch, wenn du das machst. Genau, das fährt immer hoch. Warte. Du noch einmal. Passt. Lass, 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 lass. Okay, gut. Ich bin auf der anderen Seite. Gut. Hier drüben bräuchte ich einen Würfel. Hm. Und hier gehst du da runter. Lol. Ach so, das ist eine Zurückführung. Sorry. Noch nicht. Also wo es braucht der Würfel. Überhaupt. Da oben. Warte mal. Darüber noch mal einen Knopf, damit ich mal kurz schaue. Hm. Ich glaub, das ist nur so, Hadamard, das ist nur, ähm, einfach nur damit dieses Teil da umfährt. Du musst irgendwie noch ein Rohr finden. Und mit dem Rohr, mit dem das andere Rohr, was du findest, muss ich auf die andere Seite auch wieder katapultieren. Genau so wie gerade eben. Das kann ich aber nicht finden, weil hier drüben gibt's keinen Zugang. Echt? Okay, krass. Aber hä, wohin führt das dann? Das führt nach unten, das hier. Hier drüben brauche ich einen Würfel. Deswegen frage ich ja, wo der eine überhaupt die ganze Zeit spawnt. Ach so. Oh. Oh. Scheiße. Warte mal. Ist einfach dort unten. Geh nochmal da hoch und dann möchte ich mal kurz schauen, bitte, ob der Würfel da unten ist. Wo? Drück mal den Knopf. Dann möchte ich schauen, ob der Würfel. Schau was hier ist. Da oben ist der Portalfläche. Ah. Ah. Auch nicht schlecht. Okay. Bringen wir aber nicht viel. Also nur noch haben wir keinen, ne? Obwohl doch, klar haben wir eine. Genau mal wenn. Da oben. Da oben auf dem Block. Ein bisschen hoch. Genau da in der Mitte. Da. Fiegt da rein. Okay. Stimmt. Ah. Da ist er auch. Ah. Würfel. Aber da musst du jetzt den Knopf drücken. Achso. Dazu muss ich denn, damit muss ich den jetzt deaktivieren. Genau. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. 拜拜 da. Stimmt. Wir sind glaub ich schnell genug. Nee tao gegal. Das ist glaub ich schnell genug sein. Ne. Damit ist mir ne. Es reicht nimmer. Auf rawreli. Das ist egal, weil das zählt trotzdem. Er ist trotzdem. Also das ist trotzdem nicht da. So. Genau. Warte, nein nein nein. Nicht runter. Böse. 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 Ja. Ohh. Fah weiter. Böse. Yoh. ich glaube das ist ja gleich wieder zerstört ja ich hänge schon wieder fest okay noch mal hoch machen wir es ja noch mal irgendwie hänge ich immer ein bisschen in den rollen fest du musst die portal verschießen marvin total was hast du schon gesagt dass noch in der luft ja gleich noch mal ich glaube ich ihn drunter trufen knopf dann geht auch aus oder ja ja genau das meinte ich ja eben was wir da geht nicht runter sondern ach so ich muss den ich muss selber springen in der den abfahrten um ein bisschen leichter ich springen marvin gemein ist das okay war du noch mal zu springen also gleich auch schon gedacht dass es nicht funktionieren wird du hast kein total ja ich habe nicht dran gedacht ist noch ich Das ist gut. Ich habe komplett nicht daran gedacht, Mann. Ich auch nicht. Ich habe eine kleine Erinnerung, Marvin. Ich habe mal verpasst das für das. Tja, ich habe auch nicht kurz zu fixiert nochmal. Okay. Sag mir Bescheid, bevor du das zweite Mal springst, also mit dem Würfel. Okay. Warte, 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 warte. 3, 2, 1, jetzt! Jetzt! Junge, Junge, das ist halt viel zu spät! Lass. Du warst viel zu spät gesprungen! Ja, aber ich kann nicht dafür, du musst mir schon... Ja, wenn du sagst jetzt, dann kann man nicht... Sobald ich jetzt sage, springst du sofort los! Das habe ich ja gemacht! Nicht früher und auch nicht später! Habe ich ja auch so gemacht, aber das kommt bei mir zehn Jahre später an! Ich glaube, du musst... Naja, gar nicht... Naja, gar nicht... Naja... 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 Geht's der Knopf... Aber... auf jeden Fall schon mal besser als beim letzten Mal, ne? Ja... Sag dir die bald ja auch die ganze Zeit, dass orange und verräter auf die... gleiche lateinische worte zurück ich glaube hier hoch fliegt wie hoch wie nennt man das was ich meine der rohn hier hochkommen als der rohn hier hoch gesagt werden so warte 321 jetzt ok zwei sekunden später total total warum warum so klopft wir haben den würfel neu gesprungen die mitnehmen ich vergesse nicht so wie es war aber da hängt man ja auch Was ist das hier im Rohr? 3, 2, 1, jetzt! Nein, 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 das tu ich! Nein, 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 Marvin, nicht! Marvin, da war ich viel zu früh reingegangen. Ja, hab's gesehen. Ja, ich hab doch noch so gesagt, nein, 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 Marvin, nicht. Warum bist du dann trotzdem noch gegangen? Ja, weil's zu spät, äh, weil's zu spät war, das ist zu spät gesagt. Hä? Ich hab das noch gesagt, bevor ich in das Rohr eingesackt wurde, hab ich noch gesagt, nein, nein, Marvin, nicht. Ja, gut. Ich hab dich ja bis zu eins gezählt. Ja, ich weiß. Ich hab, äh, einfach... Das ist halt einfach... Ich hab's halt einfach nicht... Zu spät realisiert, meinetwegen. Oh, schon wieder. Ach so, neu spawnen, upsie. Vergesse ich immer. Okay, wir will doch wieder mitnehmen. Nicht vergessen. Nein, nein, lass. Lass, lass. Ich verspreche dir doch, er passiert das nicht. Ah, naja, sehen wir dann. Gut, vornächster Versuch. Okay, also der Würfel, der ist jetzt gespawnt, glaube ich. Glaub ich. Sein hat sich jetzt schon selber in Luft aufgelöst, und das glaube ich nicht. Alles gut. Aber ich müsste es ja auch merken, eigentlich finde ich, wie viel noch da ist, weil eigentlich dann... Ach, Alter. Hä? Was hat das denn? Irgendwie voll drum. Was hast du denn gerade? Dummer Flug. Aber wir müssen ja auch, ähm, dass ich das ja auch merken, weil eigentlich ist der ja ein bisschen höher, aber gut. Jetzt. Wer denkt sich eigentlich generell so ein Röhrenfestival überhaupt aus, in Portal? Drei, zwei, eins, jetzt! Hä? Das war doch fast! Ich nehme die ganze Zeit wieder auf, das ist richtig nervig. Okay, so, neu spawnen, neu spawnen, neu spawnen. Eine Erinnerung an mich selbst, neu spawnen. So. Alter, fühlt sich klar aus, nerv nicht! Morgen gibt's keinen Quicksale. Drei, zwei, eins, jetzt! Hä? Das war doch! Das war doch fast! Mann! Dann bist du es angestoßen. Hä? Ich bin aber rübergeflogen, ganz normal. Ah, du bist vielleicht angestoßen. Dann sag ich, ich weiß es nicht. Ich bin aber rübergeflogen, ganz normal. Neu spawnen, neu spawnen, neu spawnen, neu spawnen, neu spawnen. So. Hättest du jetzt nicht machen müssen, weil jetzt gerade eben ist er kaputt gegangen, weil ich habe ihn losgelassen während dem Flug. Drei, zwei, eins, jetzt! Ach, Mann! Welche Richtung soll ich das halten? Einfach geradeaus in die Richtung, in die du fliegst. Hm, okay. Drei, zwei, eins, jetzt! Ja, ja, ja! Nice! Endlich! So. Das war ätzend. Findest du nicht auch? Ja. Weißt du, frage mich nicht wieso, aber irgendwie, ich bin einfach nicht so der Timing-Typ. Hm. Ah. War das Absicht? Also, war wahrscheinlich Absicht, dass da nur so äh, Ports and Surface Texturen waren. Wahrscheinlich sollte man da nicht schießen und jetzt erst mal im nächsten Map-Load. Oder? Was? Wahrscheinlich sollte man jetzt noch nicht schießen, da sollte erst mal im nächsten Map-Load schießen. Das ist total. Weil das, ich weiß es nicht. Gerade eben waren noch äh, anders texturierte Flächen, die ähm, unbeschießbar sind. Genau so. Ah nein, sind es trotzdem noch immer. Oh, wir sind jetzt hinter dem Gitter. Wie logisch. Oh. Hör du. Wir sind zu zweit. Was tritt sie hier noch? Ah, okay, jetzt ist es aufgegangen. Und jetzt? Oh, lol! Äh, wie ist das jetzt passiert? Die Gravitation, die kann damit umgestellt werden. Mit was? Und wo? Wir knöpfen, Junge! Hä, bei mir passiert da gar nichts. Damit wird die Gravitation umgestellt, Junge! Hä, bei mir? Wo? Ja, da, guck, siehst du? Ah, okay. So richtig leicht. Ah! Ah! Da hab ich runtergeschubst! Nein! Ist irgendwie nichts mehr. Ähm, ich glaub, du kannst dadurch irgendwie springen von da aus nach da in die Parade und dann fliegt er durch, glaub ich. Nein, ich hab da durch rein können und dann ist er da irgendwie hergekommen. Nein, nein, nein! 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 Ach so, vielleicht musst du... Warte mal, bleib du unten, während ich herumspringe! Weil, ich glaub, du musst die Gravitation währenddessen verändern! Aber bleib du unten, ich spring rum! Fly! Ich bin so fly! Flying is unable to serve! So, und zwar, sobald ich hier mich über dem Portal befinde, schaltest du die Gravitation hier aus. Verstanden? Über dem Portal? Ah, okay, ja. Klar kann ich machen. Und zwar, jetzt, 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 jetzt! Schalt aus, schalt aus! Hab ich doch! Einen anderen Knopf! Der aktiviert's nur, Junge! Deaktiviert's, dann ist der zum deaktivieren! Ja genau! Oh! Hast du aber zu spät gemerkt! Ich hab gedacht, es wär genau umgekehrt! Ist da an! Deswegen sieht auch der eine so heile aus mit normalen Gravitation und der andere andersrum, ne? Natürlich ist der heile Klopf, ähm, für das kaputte und der kaputte für das heile alles klar bestimmt! Hä, woher willst du wissen, dass, äh, Gravitation, die leichte Gravitation, was kaputt ist, oder leichte Gravitation, nicht was kaputt ist? Das kann man doch gar nicht sagen. Die leichte ist die normale, also die hier ist die kaputte, beziehungsweise wie auf dem Mond, weil die andere ist die, mit der ihr herumläuft und somit die normale in dieser Welt. Ah! Achso, deswegen meinst du. Das heißt, das ist normal, okay. So! Warte, warte, warte! Und jetzt, 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 Marvin, Marvin! Danke! Hä? Hast du auch immer andersweise genug Schwung, so wie ich dachte, lol? Oh, ich glaub, du musstest, du musstest, glaub ich, noch früher machen. Okay. Aber einfach, sobald ich mich über dem Portal befinde, direkt. Irgendwie hab ich auf W, E, D gedrückt, oder, äh, oder so, statt E. Richtig, dann. Okay, jetzt! Lol, das, hä, das, das geht echt nicht, lol. Okay, aber was dann? Was haben wir dann zu tun, wenn das nicht das Ziel ist? Was sollst du denn erreichen? Oder eventuell, genau, eventuell musst du es zweimal umstellen. Ich wollte den Ort da oben erreichen. Oh. Aber, Marvin! Ah, ich wüsste, du meinst, ja. Ich hab noch eine Idee. Ich muss doppelt umstellen, ja. Schon richtig. Nämlich, ich muss mit Schwung in das Portal fliegen, also da stellst du es erst mal um, aber sobald ich durchgeflogen bist, stellst du es ein zweites Mal um, und dann bin ich ganz langsam darüber gleitet. Sag, sag einfach jetzt, wenn ich drücken soll, weil ich keine schlechte habe. Jetzt! Und wer jetzt? Ja, nein, fast! Aber es war es fast, also das ist definitiv richtig. Es ist definitiv richtig, weil das war es fast. Das ist eindeutig. Mach mir das einfach nochmal. Jetzt! Jetzt! Danke, Marvin. Du hast es geschafft. Sehr nice. Yay! So. Mach die Gravitation wieder an. Äh, der da? Oh, so. Ah, nein, 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 nein! Was machst du denn? Oh, Mann, ich wollte... Genau, ich muss den Würfel... Ach so, das... Oh, Mann, das muss... Da muss... Dabei muss die... Leichte Gravitation aktiviert sein, wenn ich da runterspringen... Ja, Mann, das war dann ein leicht sicherliche Vertauschzeug. Mach schon. Wir haben es ja schon mal geschafft, sollte es nicht mehr zu schwer sein. Also hättest du ruhig zu lassen, kann ich noch einmal den Knopf drücken, weil ich dort oben bin. Jetzt! Jetzt! Ach, gut. So, jetzt lass es so, lass es so. Ja, schon, dann ist sie. Ich glaube, das wäre richtig gewesen. Du musst jetzt nur mal runterspringen. Nein, ich wollte das hier ganz knapp durchschieben. Mann! Na, guck mal, dafür ist es auch vorgesehen, dass man das tut. Ja, vielleicht hältst du den Cube erstmal nach draußen und dann springst du nochmal hoch. Hä, wie denn, von dem kleinen Abschnitt hier... Ja, und du, 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 du machst so, du, äh... Ja, ich kann reingehen und, ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, okay, passt, 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 passt. Okay, gut. Wir müssen jetzt aber nochmal den Würfel holen. Ja. Mach da nochmal drauf. Dann kriegst du den. Das wird schon. Jetzt! Jetzt! Doch, es hat noch geradezu gereicht. Gut. Das wäre ein bisschen zu knapp gewesen. Jetzt haltet ihr, genau, das haltet ihr nach draußen und stelle dich dann ein bisschen auf den Rand. Und jetzt springen wir hoch und hier bin einfach drüber. Okay, gut. Ha. Passt. Ah, scheiße, ich bin zu schlecht. Oh. Vielleicht wird schon runtergerückt. Oh, die werden nacheinander wieder zerstört. Das reicht, wenn da einer hochgeht, weil ich komme nämlich nicht mehr hoch. Aber was? Ich weiß es nicht, Malin, ich weiß es nicht. Ja, ich bin jetzt ganz hier oben und bräuchte ihr einen Würfel. Der ist dauernd. Ja, toll, ich habe ja auch keinen Fall tatsächlich oder sonst was oder so. Ach, so hätte ich mitnehmen sollen von Anfang an. Scheiße. Ich würde Würfel von dem Knopf unternehmen wieder draufstellen oder wie das funktioniert. Ich glaube schon, oder? Wir bleiben sind aber immer noch alle draußen. Ach so, nur damit jemand hier allzu lange draufsteht, aber wir sind alle draußen. Okay, gut. Warte mal, wegen dem Emanzipationsgerät in der Mitte. Der eine muss auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Marvin, du musst auf die linke Seite, ich auf die rechte. Der Würfel muss auf der Seite hier bleiben. Ach so. Na was? Nein, Mann! Scheiße! Hey Mann, was machst du da drüben? Ich würde da rüber gehen und Würfel. Ich wollte Würfel eigentlich runterstellen bzw. draufstellen. Also komm. Also der eine muss auf die linke Seite, der andere auf die rechte und wir müssen, keine Ahnung, was wir den Würfel tun müssen. Der Würfel muss auf der einen Seite bleiben, der andere... Ach, wir müssen uns gegenseitig erreichen. Ah, ich hasse das. Ich komme irgendwie nie an die Stelle drauf. Und jetzt ist sie wieder weg. Anc. Anc. Siehst du, das ist, was ich meine. Hä, aber wie sollen wir uns denn überreichen mit dem Emanzipationsgerät da in der Mitte? Wie soll das gehen? Schau. Ne, wir übersehen noch irgendwas, Marvin. Ich weiß nicht. Marvin! Hammer aufzuspringen! Ah, ich hab's geschafft. Geil. Lass erstmal drüber nachdenken, was wir überhaupt tun müssen. Ah, okay. Aber ist da nicht ein bisschen Platz? Ah, nein. Nein, da ist kein Platz. Ah. Ich hab' keine Ahnung. Hm. Ich hab' so in etwa eine Ahnung, glaub' ich, Marvin. Ich hab' so in etwa eine Ahnung, glaub' ich, Marvin. Ja, was war das denn? Dann rutscht man runter von dem Ding. Das hab' ich auch schon probiert. Wollte nämlich hinterherkommen. Hätte noch gereicht, wär' ich da nicht runtergepupscht, aber da rutscht man vom System herunter. Achso, warte mal! Genau, genau! Jetzt hab' ich's. Jetzt hab' ich's. Jetzt hab' ich's. Jetzt hab' ich's. Jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich wie. Und zwar... Ich springe erst mal voraus. Verstanden? Ja, ja. Und da? Sobald ich dort, dort oben drauf bin, wirst du von der Plattform aus, wo du dann mit dem Würfel stehst, mit dem Würfel dort oben anreichen. Ja, komm dann los. Dann werde ich von dort aus nach dort springen. Und dann... Ich hab' nicht so viel Zeit. Ich hab' nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, wann der Zeit hat. Häh! Nein, nicht mehr direkt hinterher springen! Junge, ich hab' doch gesagt, du solltest erst später nachkommen! Ey, ist doch egal, oder? Nein, das ist nicht, weil die Plattform gleich verschwindet und du mit dem Würfel nicht mehr entfolgen kannst weiter als hier. Achso. Sollte ich mir später anreichen? Naja, stimmt, sie ist schon weg. Hä? Wann verschwindet denn die Plattform? Nein, 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 was soll ich sagen? Nein, nein! Auf jeden Fall, Marvin, jetzt warte bitte, bis ich dir sage, du kannst mit dem Würfel los springen, okay? Ja, aber wann verschwindet denn die Plattform? Kurz nachdem man draufsteht! Achso, aber wenn du draufstehst, dann verschwindet die doch auch! Dann komm' ich auch nicht! Ja, nach ein paar Sekunden verschwindet die! Siehst du? Ja, aber dann kann ich ja gar nicht hinterher, ich kann dir den Würfel dann gar nicht geben! Du sollst ja auch nicht direkt hinterher kommen, Mann! Nein, ich kann den Würfel doch gar nicht geben! Doch, klar geht das! So, jetzt springst du los! Und dann reichst du in mir... Einfach so! Sprichst du in meiner Plattform? Ah, jetzt sind die Plattformen wieder neu gespawnt! Wieso das jetzt? Ja, ganz normal spawnen die neue Junge! Was hast du denn erwartet? So, jetzt hier! Du musst gleich von da unten mir den Würfel hoch... Nein! Du kommst zu spät! Scheiße! Okay, der hat versagt! Aber prinzipiell ist das, glaube ich, schon richtig so! Ja, so ungefähr! Passt schon! So, warte! Nein, noch nicht kommen, noch nicht kommen, noch nicht kommen! Habe ich nicht vorgehabt! Noch hast du! Nein, ich hab den Würfel... Ich hab den Würfel nur nach vorne gestellt! Sobald ich die nächste Plattform mir erreicht habe... Okay, jetzt kannst du gerne los springen! Ah, mach langsam, mach langsam! So, warte! Spring jetzt auf die zweite Plattform, meinetwegen! Irgendwie schaffe ich es nicht auf die zweite Plattform! Bin ich komplett behindert? Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Aber steht nur der Würfel drauf! Deswegen! Deswegen! Spring zum Würfel! Und reiche ihn mir dann! Ich spring gleich auf die Plattform, sobald du drüben beim Würfel bist! Und dann schmeißt du mir den Würfel immer noch hoch! Verstanden? Okay! Mach ein bisschen schneller, Junge! Ich muss kurz rüber springen! Nimm Würfel und spring hoch! Nimm Würfel und spring hoch! Ich wollte den Würfel eigentlich loslassen, damit du ihn nehmen kannst! Aber ich hab gedacht, der hätte gleiche Gravity, aber der ist ja noch gleich schwer! Ja! Habe ich nicht bedacht! Marvin, es gibt glaube ich einen kleinen Denkfehler von uns beiden! Und der lautet? Das heißt, wenn ich den Würfel da oben habe, hilft's mir ja nicht dabei, den Würfel da hoch zu kriegen! Und da hoch muss er letztendlich hin! Äh... Muss ich denn hinterher springen wieder? So, das bedeutet... Ach! Wenn ich den Würfel dort auffange, wirst du dann dort, 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 dorthin springen! Also die vier! Und dann, wenn du da drüber springst, werde ich von dort aus hoch springen und den Würfel wieder überreichen! Ja, da muss man ja fucking schnell sein! Soll das gehen! Ja! Es wird schon gehen! So! Komm mir nach, sobald ich auf der dritten Plattform bin! Oder... Warte, sobald die Plattform da wieder auftaucht, die erste! Mach ich! Nee, warte! Komm nur nicht nach, komm nur nicht nach! Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch! Warte noch! Okay, jetzt kannst du! Jetzt springen los! So, springen rüber auf die zweite Plattform! So, jetzt springen von der zweiten Plattform aus direkt geradeaus nach oben! Mit dem Würfel! Und versuche ich mir so ein bisschen an den Seitenwänden zu reichen! Fast, 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 hätte ich ihn gehabt! Nicht egal, nicht so schlimm! Das war das auch so, dann lass' ich ein paar Blatt von mir! Gibt nichts mehr hier! Hm, 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 hm! Ich ne, havia noch auf den... Also, dann aber schon springen, wenn ich dann... Ja, aber nicht hoch genug! Ja, ja! Ja, okay! Geh, ich möjlighend! Geh, ich will auf die zweite Plattform, gehe auf die zweite Plattform, Geh, ich will auf die zweite Plattform, geh, ich will auf den zweiter Plattform, noch mal hoch! Warte, warte, warte! Nein, 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 Mann, ich hab' ihn gefasst! Nein, mein Böse, nein? Nein, mein Böse, nein? auf den lichtern zu bleiben und rutscht also ich werde jetzt weiter zwischen den beiden hier hinzuspringen so einmal springe ich noch hier rüber nein 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 ich bin nicht gesprungen sagte ich einmal ich meine natürlich zweimal selbst erklärenderweise ok warte jetzt springen hoch jetzt springen nicht in der mitte nicht in der mitte sondern am rand am anderen rand wäre besser gewesen aber okay 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 wir machen fortschritt fast hatten wir es fast hatten wir es bis noch am leben oder wieder auf die zeit von dort diesmal kann ich warte 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 nicht sofort wieder los springen soll jetzt 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 so am rande am rande jetzt wäre wieder am rande gewesen weil ich es wieder ach so genau du kannst es wenn du in der luft wirft den würfel leicht hoch also drehen bis nach oben und dann steuere mit ihm leicht hoch damit ich ihn aufbauen kann ok ok warte ok komm jetzt ok ok gebe ich mir auf der linken seite hoch den würfel ok auf der linken seite und leicht mit w nach oben werfen also mit e und w nur leicht leiter nein 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 was machst du so habe ich das noch nicht gemeint junge ich weiß aber ich habe mich dumm los gelassen du hättest dich hochdreht ja und du hättest auch warten sollen bis du ganz oben bist nicht mitten in der luft auf einmal dich bewegen weiter und all das kannst du richtig so machen wie vorher du hast den würfel am ende noch aber nicht dich da so weit weg bewegen du sollst schon nah an der klattform bleiben so nah wie möglich ich war nicht beabsichtigt ok spring los warte warte noch nicht sofort hoch springen soll spring hoch auf der linken seite was tust du nicht in der mitte nicht in der mitte jungen nicht in der mitte ah man das ist so knapp nein 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 ok versuch dich zu ok du bist auch im leben gut ok spring auf die zeitplattform wieder warte bring jetzt hoch auf der rechten seite oder nein ok meinetwegen auf der linken aufsache du springst hoch 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 nein noch nicht so man ich bin noch am leben er würfel vergiss das mit dem hochwerfen spring einfach so hoch wie du vorher auch getan hast ok manche kriegst überhaupt wenn ich nicht immer das ist gerade ein schlechter zeitpunkt den du ausgesucht hast was tust du also ok komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch achso ja nein nein jetzt geht es nicht jetzt geht es nicht gerade jetzt gesagt jetzt geht es nicht so jetzt 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 hoch warte Spring jetzt Noch nicht direkt, Mann Nein, 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 Mann Mann, warum ist denn mal so direkt? Wenn du mal so direkt springst, dann wird das mit dem Timing nix Du musst schon ein bisschen immer warten Weil ich nie direkt auf die Plattform bin, wenn du da bist, verstehst du? Mhm Weil ich muss ja auch weg, um zu überleben Ich höre gleich auf den Lichtern Oh, das ist irgendwie nervig So, das ist ein bisschen gleich soweit, oder? Noch nicht! Das ist viel zu früh Okay, jetzt meinetwegen, obwohl... Jetzt ist grad schlecht, weil gleich hier die Plattform weg Gleich hier die Plattform weg, Marvin! Ich kann den Sprung nicht unterbrechen Ich lande halt wieder Spring jetzt hoch Aber nicht direkt weiter hoch Nicht direkt weiter hoch Warte, warte, warte 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 So, okay Jetzt, jetzt, jetzt Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's So, jetzt musst du hoch springen, langsam Ja, so lange die Plattform nicht da Das kann ich nicht Jetzt ist sie Musst du die nächsten Plattform hoch springen, bist du dann irgendwann würfel auf fängst von mir und ihn dann, ähm, hoch trägst du über, zur Oberflattform Du musst dahin, oder? Scheiße Das wird knapp Reicht immer noch Okay Okay Ich bin gerade an einem sicheren Ort, relativ mehr oder weniger So, warte Dort drüben musst du die Würfe von mir abfangen Beim nächsten Sprung Nein, 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 nein Okay, okay Warte, warte Warte, warte Stell ich dort oben hin Stell ich dort oben hin Oh, du bist lange noch nicht hoch genug, glaub ich Du musst den Sprung, glaub ich, nochmal wiederholen, Marvin Du musst, glaub ich, nochmal zurück springen, um den Würfel abzufangen von mir Also Ja, hier, den sollst du von mir in die Luft aufgreifen während deines letzten Sprungs Okay, ja Spring nochmal zurück Okay, warte, spring jetzt Hier, 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 nimm, nimm, warte Ich bin schon ehrlich Oh man Scheiße, ich bin nicht draufgekommen Wie, das ist viel zu ich bin bei konzentration irgendwie platform kommt nicht platform kommt nicht eine sekunde später eine sekunde später doch der aus hat ja auch mit absicht gemacht die plattform hast mich das habe ich dir getan die plattform hast nicht mal von abgesehen dass ich kein video mache im moment das mache ich mein video rein plattform hast okay spring doch du bist ja wieder viel zu spät daran aber okay okay weiter machst du komm her komm her komm her komm her nein Nein! Nein! Börse! Börse! Halt! Soll ich's noch warten? Warte, warte! Noch nicht, noch nicht, noch nicht! Jetzt springen, springen, springen! Nein! Warum bist du in den Fallen? Du solltest sie nicht fallen lassen, Junge! Ich hab doch gesagt, vergiss den Werfenteil! Danke, ist schon mal nicht! Danke, ist schon mal nicht! Ja! Das ist doch jetzt immer noch nicht dein Ernst, oder? Na, scheint doch! Das ist jetzt immer nicht dein Ernst, oder Marvin? Bitte sag mir, dass das ein schlechter April-Scherz ist! Bitte, 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 bitte! Das ist keine Sorge! Das kann ich dir einfach nicht glauben, weil deine Lüge so fucking schlecht klingt, ey! Oh, Mann! Du hast doch gesagt, ich soll was sagen! Nein! Ja, das war nicht wörtlich gemeint! Das ist eigentlich, dass ich so wüsste so etwas! Ich wollte! Aber spring schon! Gleich ist die Nacht bei mir auch weg! Nein! Ich muss gehen! Sorry, die Nacht von war schon weg! Du hast viel zu spät, du hast losgesprungen! Nein! Oh! Wow! Das war knapp! Das war richtig knapp! Hä? Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Schau mal dich um bei dir! Oder vielleicht ist er noch da oben gelandet ausnahmsweise irgendwie, keine Ahnung! Crap! Kann auch sein, dass er da oben noch irgendwie gelandet ist! Scheint so! Geil! wo das ist in den anfang auch will der macht du diesmal den tag mit dem springen da mache ich den mache ich die gravitation switch ja jetzt das geht mir da ach so ist ja vielleicht die umgeladen beim eingang schau mal dadurch wo ist der würfel wirst du wirst hallo hallo niemand da wird hinterlassen den nachricht nach dem würfelton fahrscheinlich selber unser besser auch noch keine ideen wo sie waffeln ich glaube im backgewärm wie das kann sein durch den mehr starten oder ja ok ok ja genau gibt dann da wo wir den lecker zwei idioten sehen wollte die irgendwelche kasten maps versuchte spieleweise genau wissen dass sie es nicht könnte das der versuchen weil sie immer noch entweder sind als die meisten anderen youtube überdies das war eine sehr gute zusammenfassung richtig schnell konnte mir keine zuschauer folgen überhaupt welche haben aber naja also die gravitation aus der kaputt gesteckt ich würde ich beide springen mach mal an mach ich dir aber die portale hier wie du musst dir die portale sagt es doch gleich da nimmst du mal an und jetzt und jetzt passt ok muss ich denn die langsame qualität direkt darunter ok gut das ich kann ich kann ja ich kann ja aber so etwas mit ne genau ok wieder raus damit ok 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 While Ok los Versuch 374.005 28 es darauf lieb warum ist denn jetzt schon los Junge naja viel zu früh und die Passe Masha 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 wenn du jetzt nicht gerade gestorben wärst du es passend ja ich weiß euch ja ich wär eh gestorben ich hätte den Sprung nicht geschafft deswegen hab ich hab ich gedacht ich spring vielleicht noch mal auf die Plattform hat natürlich nicht gereicht na dann gewähnt zu deiner Ehrlichkeit dafür kriegst du jetzt null Kekse und Null Klicks und Null Aufrufe und Null Darm hoch aber 10.000 Daumen runter nicht Spaß spring jetzt nicht direkt los Marvin nein 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 was ist das denn hier für den Darmarsprung ok ok spring jetzt los spring jetzt los Junge komm noch näher ran nein nochmal ja wiederholen wir halt nochmal ok spring jetzt auf die Plattform ok spring jetzt auf die Plattform ok so warte nein 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 noch nicht noch nicht du du gehst immer nicht hoch genug Mann Junge du springst doch immer zu früh los du springst aber sofort los wenn du auf der Plattform bist tu das nicht weil das wird eh nix warte immer bis ich dir sage dass du los springen kannst aber jetzt erstmal auf die Plattform erstmal auf die Plattform jetzt kannst du auf die Plattform jetzt kannst du auf die Plattform springen jetzt gerade ist es günstig hey warum gehst du denn so weit zur Mitte du musst am rande kommen und der muss nach oben gerichtet sein einfach nach oben naja da fliegt mir die komischsten Richtungen ist dir schon aufgefallen ja nur vom Winter vorgeschossen wird aber es keine genaue Richtung vorgestellt ist so jetzt warte 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 noch nicht hoch springen noch nicht hoch springen ok jetzt hoch springen du bist in einer guten Position mach das irgendwie das war es fast jetzt muss ich weg aber das war schon nah dran wieder au 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 Gehirnschmerz keine Ahnung warum ok jetzt auf die zweite Plattform und jetzt hoch springen nein 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 ich fahr runter ich fahr runter ich fahr runter komm mal die Leitplanke nicht so schlimm nicht so schlimm bleib doch bleib doch mal zurück share ich oyte Okay ich spring dann wieder hoch sowieso richtig knapp gemacht hätte nicht ein bisschen space einbauen können welche immer bestellt tut es denn mit solchen maps sind wir ehrlich damit tut es nicht und auch dieser freaky melons damals hat es nicht getan also eigentlich niemand der solchen maps machen ich kenne keine gnade springen leicht auf die plattform noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht egal 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 das so warte kurz okay jetzt springe warte warte okay jetzt 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 ja ich hab's ich hab den würfel habt den würfel weil ich musste lange hoch springen die nächsten plattform mama ich glaube ich komme dir am besten entgegengesprungen irgendwie und dann irgendwie aufzufangen also im würfel warte mal noch ein bisschen dort nein 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 noch nicht noch nicht man muss man es viel zu schnell junge junge das das wird nichts ich muss mir schon entgegen gekommen aber du musst zurück springen da oben kannst du mir und nimmer kriegen spring zurück ja zurück und sagt 222 sprünge ok ja ja weiß was bleibt da bleibt da bleibt da jetzt komme ich den gegen die sprung jetzt und stelle das machen wir so lange werden wir dann den würfel warte nicht einmal nein es geht nicht weil ich jetzt sterbe und stürzt du nicht aber jetzt habe ich versagt weil ich dann erstellte weiter zu schnell weg war was ich auf die pflicht aufs licht genau da bleibt nicht das städte springen das ist weg gut warte ok spring los spring rüber so ich versuchte es zu geben das ist verdammt knapp also sie schon wirklich also am besten kriechen fahrt kriechen am rande und du musst halt wirklich versuchen sich so stark in die richtung des würfels zu kommen wie nur möglich ok spring rüber spring rüber nein du warst viel zu spät erst dort ich kann ja warum drauf bringt teilweise tatsächlich das bringt einem aber nicht viel weil man wenn man da von daraus hoch springt gleich wieder runter fliegt ich habe es probiert vorhin spring hoch griechen griechen aufnehmen ok merkt er ist auf jeden fall mal im griechen weil das so wird eh nix jungen spring rüber kommt gleich viel zu spät ich glaube wir müssen doch gleich wieder weg wenn du drüben bist ok so auf dem rande direkt auf der ecke kriechen am besten das ist echt schγά direkt auf der ecke ich das ist echt fucking schwer ja kann man aber kaum was für einen hier hoch springt du sollst da wissen weil es eben noch die ganze zeit getan hat ja aber doch du hast ihn doch ein bisschen space wert ein bisschen luft das nicht ganz so knapp ist weißt du wenn du einen raketen hast dann bist du sonne schießen kann ich schieße die gerne für dich ab aber die müssen besser besorgen und vergiss ich dass wir menschen dabei aussterben eine rakete womit man sich zur sonne schießt werden abschießen können ach die sonne abschießen können ich bringe auf die zwei blatt vom junge nein du bist nicht du bist schon viel zu spät du bist viel zu spät ich muss gehen gehen muss gehen okay du kannst jetzt hoch springen was nicht was ich muss wieder gehen dieses mal nicht bleibt unten bleibt unten das geht nicht weil ich weil ich muss so schnell weg ok jetzt kann zu springen jetzt springen auf die zeitplattform ja nice ok ok so jetzt springen wieder lange hoch ja ich brauche aber überlegt man wie nervig das wäre wenn ich nicht auf den scheint auf die aufs lichter springen könnte ist mir die ganze zeit verrecken so ich werde dir gleich hingegen gesprungen kommen also springen sobald ich fast drüben bin vor dem gitter wirst du erst los springen verstanden damit die würfel auffangen kann aber okay jetzt bin ich gesprungen dort ist du solltest du solltest da hoch nein das schlimm ist du hattest den würfel noch wärst du richtig gut da hoch gesprungen dann hätte das alles jetzt geklappt ja da muss der würfel hin zurück 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 aber da ist ihr und vorwärts nein 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 ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe Mist okay ich warte auf dich ich hab den würfel aber du solltest vielleicht nicht einfach so springen wieso der tipp ist denn los ich bin doch nicht einfach so gesprungen junge ja gut passt die plattform war da ich hab die bloß leicht verfehlt vorhin ja passt schon ich war zu weit gesprungen vorhin also gefragt weil ich habe die ganze zeit an das ist eigentlich gesehen haben wir geben so weit gesprungen bin schon gesehen was redest du so komisch ja hallo ja ja ich weiß das kannst du mir während der frage beantworten welche denn ich habe gefragt was redest du so komisch was keine ahnung aber man will sich eigentlich verarschen nein warum ach egal ich frage gar nicht erst ich sagen dass mal null sinner gibt es für mich aber ich habe das auch noch nicht ich habe das auch noch nicht ich habe das auch noch nicht Was hab ich getan? Okay, gut. Warte, mach langsam, mach langsam, Marvin, mach langsam. Ich kann nicht langsam auffallen. Ich kann zwar hier drauf stehen bleiben, aber nicht lang. Du musst aber nicht immer so schnell im Abstand springen, Junge. Du musst das nicht immer so schnell hintereinander alles machen, weil ich komm da nicht mit. Jetzt spring weiter, los, zurück, oder was auch immer. Aber ich komm da nicht mit. Ja, das dauert aber ein paar Sekunden, bis die Plattform weg ist. Du musst sofort weg springen. Es sind schon so 10 Sekunden, die du da auf hast. Du sollst nicht los springen, sondern warte, warte. Ich werd den Löffel. Nein, die gibt weg. Spring, spring, spring. Nein, spring zurück, spring zurück. Marvin. Ja? Spring zurück. Ja, bin ich doch. Oh nein, 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 ich bin unten, ich bin unten. Du musst den da oben fangen, also auf der Plattform. Naja. Ich arbeite dran. Was ist noch die Plattform? Nein, nicht da oben! Ja, genau, da. Und Marvin, ich frage jetzt noch einmal. Was sollte eigentlich dieser sinnlose Tipp vorhin, von wegen, du solltest vielleicht nicht einfach so springen? Was meintest du damit zur Hölle? Ich meinte damit, dass du nicht einfach springen solltest, ohne zu schauen, wann die, ob eine Plattform da ist. Hä, wieso, die war doch da? Ja, die erste, aber die, naja, gut, keine Ahnung, es war so ein bisschen intuitiv, weißt du. Unterbewusstes Reden. Also, ganz ehrlich, ich weiß grad nicht, was du meinst, weil aus meiner Sicht waren alle Plattformen da, als ich gesprungen war. Und das waren sie ja auch. Was, echt? Aus meiner Sicht nicht? Ja, es waren alle Plattformen da vorhin. Okay, bei mir war nur die erste da. Und ich dachte halt, dass du halt aufpassen sollst, weil halt da die zweite noch nicht da war. Und ich wusste, wann sie zurückkommt. Aber für mich waren beide da. Kannst du mir den Würfel wiedergeben? Ja, klar, hier nimmst. So. Okay, ich bringe schon mal die Zeit davon. Warte noch nicht hoch springen, noch nicht hoch springen. Warte, 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 warte. Okay, ich bringe jetzt hoch. Kann aus hoch gucken hättest du tun sollen. Warte. Warte. Oh scheiße. Ich bin nicht weit genug rechts gegangen. Äh, links. Oder, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nah, das reicht nicht mehr. Ich sag's immer so niedrig zu springen beim Sprung. das geht in den so in dem tut wenn du auf der zweiten auf der ersten plattform nicht richtig läuft dann funktioniert das einfach nur abspringt du musst du musst einen einen meter laufen und dann kannst du nur so weit springen ich weiß auch nicht wie das gelingt ich glaube immer bevor ich springe ich halte mich das normale springen port 2 vollkommen unmöglich etwas bringt dann los ich weiß ich denke ich hätte tausend mal gesagt nicht direkt springen was tust du immer noch so jetzt ist eine plattform ihre auf jetzt warte warte jetzt spring los spring spring ok ok spring hoch ja das ist wie so einem jump and run portal es passt irgendwie nicht du meinst ein platformer weil ein jump and run der wäre ein 2d und das war meist in 3d ja mein kopf gibt es auch darauf ja ich dachte ich habe nicht und dann wollte ich ihn nehmen und dann hatte ich ihn aber auch schon habe ich ihn losgelassen das war dumm ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe weg gleich auf die genau so jetzt spring rüber spring rüber spring rüber darum nein nein jetzt nicht Nein, noch nicht. So, jetzt kannst du, jetzt spring rüber, jetzt spring auch rüber, jetzt spring auch rüber. Geh weg, geh weg. Okay, spring wieder rüber. Moment. Nein, nein, nein. Arg. Dalla. Pass auch nicht, dass du runterfällst. Hey Leute, geht gar nicht weg. Kann sein, dass die Plattform nicht weggehen, wenn man dauerhaft draufsteht? Hey, ist geglitscht. Ah. Jetzt aber nicht mehr. So, jetzt geht die wieder weg, weil du drauf warst. Ah. Aber ich hätte sie geglitscht, deswegen war sie bei mir nicht weggegangen. Nach dem Map hier sollten wir übrigens auch aufhören, Marvin. Äh. Könnten wir ja. Ja, ich bin gleich da. Aber du bist zu früh gesprungen? Nee, nee, nein, aber springen, weiter rüber. Springen, weiter rüber. Springen, weiter rüber. Springen, weiter rüber. Nein, 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 das rüber. Springen, runter. Oh, bist du runtergesprungen? Bin ich runtergesprungen? Bin ich runtergesprungen? Ich bin nur, da bin der Überbietung gelandet. Und dann bin ich halt nicht auf der Plattform gelandet. Da muss ich Plan B nehmen. Plan B? Plan B? Plan B? also nicht zu sterben oder wie das ist passiert ich habe irgendwie hat sehr eigenartig nein hallo ist noch da ich höre ich nicht mehr helfe meine sicht ist verpackt aber muss man muss mich runter schieben dein internet ist so scheiße gewesen dass ich gestorben bin aber irgendwie auch nicht und jetzt sehe ich mich aus einer falschen perspektive ist der bradl zwar abgeschmiert Oh ja. Ach, ich kann mich selber schauen, das ist ja krass. Ich weiß nicht, dass es geht. Ah, toll. Ich will keinen. Oh, mir fällt gerade auf die ganze Zeit kein Game, kein Sound. Spiegel gehabt. Ups, Salah. Naja. Portal 2 ist abgeschmiert, wie ich schon gedacht habe. Hä? Ja, ja, ich lese. Ja, ja, ich lese. Das. Das. Ich höre mich selber. Hallo? 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 Hm, sehr eigenartig. Ich warte auf dich, Araman. Ups. Schauen wir mal neu oder so. Keine Ahnung. Okay. Hm. Okay. Ha, ha, ha. Junge, das hat mit meinem Internet nichts zu tun. Ja, ich habe schon gelesen. Achso, ich werde mich auch nicht mehr. Achso. Oh. Okay, weil ich ihn nicht mehr gehört habe, ist er rausgetappt. Hä? Ja, aber wir schon. Ich kann immer raus tappen. Keine Ahnung, was dabei ist. Okay. Ähm, ja, starte mal kurz Discord neu oder so. Ey, Twitch noch mal nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich höre dich ja nicht. Vielleicht erkennst du es dann wieder. Hm. Aber wir haben doch noch gar nicht fertig gesprochen. Warte, 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 warte. Wir haben doch noch nicht zu Ende. Ah. Okay. Bis später. Heute. Ja, stimmt. Ja, gut. Halamat geht. Und das bedeutet, dass ich, äh, aufgehen werde wahrscheinlich. Hm. Dann vielleicht noch was auf. Aber. Jetzt. Erstmal. Streaming. Ist für heute beendet. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut, äh, wahrscheinlich vielleicht eventuell nochmal heute vorbei. Wahrscheinlich der Stream ist ja jetzt, äh, logischerweise in den heutigen Tag reingestreamt und heute starten wir wahrscheinlich auch wieder. Also, heute kommt wahrscheinlich noch eine und dann könnt ihr da den Rest sehen. Also, wir sehen uns. Äh, schön, dass ich zugeschaut hab. Bis zum nächsten Fall. Bis zum nächsten Stream. Und, äh, ja. Ciao.